Auf den Wetterkarten für die neue Woche ist vom Altweibersommer bis hin zu einem satten Wintereinbruch. Mit Schnee bis ins Flachland alles dabei. Das wird eine spannende Wetterwoche. Der wärmste Tag der Woche wird voraussichtlich der Donnerstag sein. Im Südwesten und Süden des Landes Temperaturen um 24 Grad, möglicherweise örtlich sogar 25. Danach am Wochenende im Norden und Osten Deutschlands ein massiver Kaltlufteinbruch. Möglicherweise mit Schnee runter bis ins Flachland Donnerwetter. Zunächst haben wir es zum Wochenstart mit einem Kältehoch zu tun. Relativ ruhiges Wetter, für die meisten wird es trocken sein. Aber interessant ist das Tief, das sich hier draußen vor Portugal befindet. Es wird hier ein sattes Biscaja-Tief, das uns an der Vorderseite subtropische Warmluft in den Süden und Südwesten Deutschlands befördert. Gleichzeitig etabliert sich über Skandinavien ein Kältehoch. Hier strömt die Luft aus Nordost in unsere Richtung. Und da, wo diese beiden Luftmassen sich begegnen, wird es ein Wolkenband geben, das Niederschlag produziert. Und dass sich die Kaltluft im Nordosten durchsetzen wird, kann es die Schneefallgrenze tatsächlich runterdrücken. Möglicherweise eben bis in ganz tiefe Lagen im Nordosten Deutschlands. Relativ ruhig verläuft der Dienstag, dass noch die kalte Luft verbreitet wird. Es trocken sein, nach Nebel, Sonne und Wolken gemischt. Auch die Nacht zum Mittwoch ist teilweise im Norden und Osten frostig. Tagsüber 13 Grad. Im Südwesten ziehen dichte Wolken auf. Die können hier teilweise Regen bringen. Und in den Alpen wird es dann langsam föhnig. Und der Föhn treibt die Temperatur am Alpenrand am Donnerstag bis auf 24 Grad drauf. Auch im Südwesten wird es sehr mild sein. Hingegen im Norden teilweise längere Zeit Regen bei nur 9 Grad Höchsttemperatur. Der Föhn wird in Bayern wahrscheinlich am Freitag noch ein bisschen anhalten, während es ansonsten im Westen häufiger regnet. Und interessant ist dann eben die weitere Wetterentwicklung am Wochenende. Im Süden und Südwesten wird es relativ mild bleiben für die Jahreszeit, während es im Norden und Osten kälter wird. Temperatur sinkt teilweise auf 1 Grad. Und möglicherweise ist dann auch Schnee, Regen dabei. Das werden wir die nächsten Tage an dieser Stelle noch genauer beleuchten.